Die große Frage ist doch im Dottador-Vertrieb, wie du in der Lage bist, sekundenschnell Vertrauen zu fremden Menschen aufzubauen, die dich noch nie in ihrem ganzen Leben gesehen haben, um in der Lage zu sein, 5 bis 10 Minuten später eine Unterschrift für einen Vertragsabschluss zu bekommen. Darum geht's in diesem Video. Es gibt gewisse Icebreaker an der Haustür, die das ganze Gespräch sofort auflockern, die sofort eine gewisse Vertrauensebene, eine persönliche Ebene einfach herstellen und dafür sorgen, dass Menschen dir gerne zuhören und dich auch angenehm sympathisch finden. Wenn du jetzt vielleicht denkst, es gibt so diesen einen Satz, den du da immer bringen kannst, der immer klappt, dann bist du definitiv falsch. Weil jeder einzelne Mensch tickt ein bisschen anders und jeder möchte auch eine andere Art von Gesprächsführung einfach erleben. Grundsätzlich musst du natürlich angenehm anders als alle anderen sein, aber den Spruch kennst du sehr wahrscheinlich und die große Frage ist ja, was bedeutet das? Wenn du dir mal wirklich die Haustür anguckst, wenn du jetzt neu im Dottador-Vertrieb bist, dann hast du dafür noch nicht so einen Blick. Wenn du das schon eine ganze Weile machst, mehrere Jahre, dann weißt du das zu 100%, dass es insgesamt 6 verschiedene Kundentypen gibt. Es gibt als allererstes den normalen Menschen, also so jemand wie dich und mich. Es gibt den Rentner, es gibt den Assi, es gibt so den Öko, es gibt den Doktorrechtsanwalt und es gibt den Ausländer. Also derjenige, der nicht so gut Deutsch spricht, aber dich irgendwo versteht, was du da letztendlich einfach von dir gibst. Wir gucken uns mal einfach ein, zwei Kategorien heute mal ein bisschen näher an, dass du verstehst, was ich damit meine. Wenn du dir normale Menschen an der Haustür anguckst, dann musst du dir erstmal die Frage stellen, um in der Lage zu sein, Vertrauen aufzubauen, wie ticken die eigentlich? Ja, wie treten die auf? Normale Menschen sind meistens recht höflich, die sind skeptisch, ja, die reden recht normal auch, also die schreiben nicht rum, sind nicht besonders laut, die sind aber auch nicht besonders leise und die haben teilweise auch Fragen. So, wenn du zu diesem Menschentyp, zu dem normalen Menschentyp an der Haustür Vertrauen aufbauen möchtest, musst du auftreten wie er. Das meiste Vertrauen haben wir zu Menschen, die sind wie wir selbst, weil wenn jemand ist wie wir, glauben wir zu wissen, dass wir wissen, wie er tickt. Das ist natürlich in den meisten Fällen ein Trugschluss, aber im privaten Bereich, im Freundschaftsbereich stimmt das meistens. Die Freunde, die du hast, also wenn du jetzt zum Beispiel der übelste Extremsportler bist, dann sind wahrscheinlich deine ganzen Freunde nicht auf irgendwelchen Substanzen hängen geblieben, sondern machen sehr wahrscheinlich auch alle Sport, ja. So, und genauso ist das auch an der Haustür, dass die Leute einen schneller mehr mögen und schneller mehr Vertrauen haben, wenn du auftrittst wie sie. Deswegen musst du lernen, chameleonartig dich zu verhalten, also ähnlich aufzutreten wie der normale Mensch. Er ist freundlich, ja, er ist etwas skeptisch, er ist gleichzeitig, hat er ein paar Fragen, so, und er redet in einer ganz normalen Tonalität. Mach das bitte auch, sei höflich zu ihm, mach nicht irgendwelche komischen Sprüche am Anfang, pitch nicht auf die Kabelbuchse oder irgendeinen Scheiß. Sag nicht, du bist da, um den Zeller abzulesen, der normale Mensch versteht das alles, solltest du bei keinem Kundentypen machen, aber da erst recht nicht, weil damit kommst du einfach nicht durch. Sag ganz klar, worum es geht, dass es ein Angebot ist, von welcher Firma du bist und was die Hauptvorteile von deinem Produkt sind. Bring natürlich mehrere rhetorische Stilmittel mit rein, zum Beispiel den Proof of Concept, dass der Kunde merkt, es geht nicht nur um ihn, sondern es betrifft ja absolut alle Nachbarn. Bring eine Art Verknappung mit rein, bring das Gefühl rein, dass es ein häufig angesprochenes Thema ist und bring Begriffe rein, die der Kunde kennt und im besten Fall über die Medien schon sehr, sehr oft gehört hat. So, dass er damit irgendwas Positives mit verknüpft. So, das Chameleon-artige Verhalten ist das Wichtigste überhaupt, was uns Menschen eigentlich auch ziemlich natürlich angeboren ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mit deinen Atzen hängst, ja, auf der Parkbank am Wochenende und dir einen rein säufst, verhältst du dich ganz anders, als wenn du dann am Wochenende im Tennisclub bist. Also wir passen uns den unterschiedlichen Communities an und verhalten uns auch in diesen Situationen komplett anders. Im Vertrieb jedoch haben Menschen teilweise ein Problem damit, weil sie sowieso, wenn so das Verkaufsgespräch losgeht, so okay, ja, ich bin jetzt ein Verkäufer. Und dann sprechen sie so aufgesetzt. Sprich einfach ganz normal. Sprich so, wie du bist, aber lerne, was für Sätze du sagen musst und welche du einfach unterlassen solltest. Wenn du dir zum Beispiel den Rentner anguckst, der Rentner ist ein sehr vorsichtiger, zurückhaltender Mensch. Der kann sich körperlich meistens nicht mehr wehren, deswegen ist er auch oft etwas ängstlich. Er spricht meistens sehr, sehr ruhig, sehr entspannt. Also es gibt nur noch den Assi-Rentner, der spricht anders, aber so dieser klassische Rentner einfach. Und er ist teilweise auch etwas gutgläubig. So, wenn du jetzt also schnell Vertrauen zu einer Zielgruppe aufbauen möchtest, die schon im fortgeschrittenen Lebensalter ist, dann musst du ebenfalls auftreten wie sie. Indem du zum Beispiel ganz lieb sprichst, ganz ruhig sprichst, als wärst du der letzte Bubi. Frau Müller, es ging bei Ihnen nochmal darum, wie bei allen anderen Nachbarn in der Postleitzahl, Weißt du, was ich meine? Dass du nicht diesen klassischen Bass in deiner Stimme drin behältst, sondern dass du einfach ganz lieb redest, ganz Bubi-mäßig. Weil dann fällst du in so einen Raster rein von, der kann ja keiner fliege, was zu Leide tun und gewinnst weitaus schneller Vertrauen. Du musst das natürlich dann auch im gesamten Gespräch aufrechterhalten. Ich weiß noch, wo ich damals den Kundentyp Rentner so richtig gelernt habe, das war hier in Berlin. Ich sage jetzt nicht den Straßennamen, das war im Januar 2019, bin ich das erste Mal in so ein reines Rentnergebiet gekommen. Die ersten vier Monate waren wir eher so in mischten Gebieten, wo alles von normalen Kunden zu Asik-Kunden, zu Doktoren, zu Öko-Kunden gewesen sind und auch Kundentyp Ausländer vertreten war. Aber so dieser Rentnertyp, den hatte ich bis dahin noch nicht. Dann habe ich ab Sekunde 1 intuitiv so übelst lieb mit allen geredet. Ich hatte an diesem Tag, es waren nicht 12, es waren 13 Neukunden gewesen, die ich dort geschrieben habe. Und dann war ich bei einer Person, bin ich so ganz lieb reingekommen, ganz lieb gesprochen und dann ruft mich drinnen ein Kollege an und ich bin halt normal ans Telefon gegangen. Jo, ich bin gerade beim Kunden, was gibt's? Und in dem Moment hat der Kunde sofort das Vertrauen verloren, weil er so gemerkt hat, hä, der redet ja mit seinem Kollegen ganz anders, der ist ja gar nicht so. Und deswegen, du musst das dann natürlich auch vollständig im Gespräch einfach aufrechterhalten. Das ist auch unterm Strich das, was sich Kunden wünschen, weil sie sich dadurch sehr verstanden fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie können mit jemandem sprechen, der ist wie sie selbst und der in der Lage ist, auch das Gespräch angenehm letztendlich zu führen. Was ich dir hier gerade mitgebe, darfst, gebe ich auch nur gerade in einem sehr abgespeckten Maße einfach mit, weil sowas darf nicht in die falschen Hände geraten, wie du mit Sicherheit dir vorstellen kannst. Ja, Rhetorik und Kommunikation ist ein Messer. Du kannst damit dein Brot schmieren und alles ist okay, du kannst aber theoretisch damit auch Leute umbringen. Deswegen wir auch immer genau darauf achten, wer bei uns ins Training reingelassen wird. Wir haben Leute gehabt, die haben gesagt, hier sind 40.000, 50.000 Euro, schul mir bitte meine Truppe, ich bin bereit, sofort Cash zu bezahlen und wir haben das abgelehnt und zwar nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft, weil wir im Hintergrund Informationen über diese Person bekommen haben und auch schon im Gespräch festgestellt haben, dass die etwas unsauber tickt. Da haben wir keinen Bock drauf, weil wir nicht wollen, dass das Wissen in die falschen Hände gerät, weil du damit auch richtig viel Schindluder wirklich betreiben kannst. Wenn du aber jemand bist mit guten Absichten, so wie ich, der wirklich auch ein reines Herz hat und für den Kunden auch am Ende des Tages das Beste möchte, aber auch für sich selbst und deswegen bereit ist, hungrig Vertrieb durchzuziehen und wirklich erfolgreich zu machen, dann ist es unerlässlich, dass du das lernst. Dass du lernst einerseits die gesamten Kundentypen, wie ticken die, was sind die Eigenschaften von denen, wie verhalten die sich, was für Verhaltensmuster haben die, welche Mimiken haben die, die du kopieren kannst, welche Körpersprache haben die, die du kopieren kannst und vor allem, wie kannst du darauf reagieren. Vielleicht kennst du auch Menschen, die ab der ersten Sekunde Vertrauen von anderen Menschen haben. Liegt das an der Nationalität? Liegt das an der Haarfarbe? Liegt das am Bartwuchs? Liegt das an der Körperstatur? Oder liegt das daran, dass Kunden deine Aura spüren und verstehen, ob du ehrliche Absichten hast oder nicht? Also das ist das Letzte. Und deswegen wirst du auch als guter Mensch im Vertrieb immer mehr Erfolg haben und auf jeden Fall langfristigen Erfolg als Menschen, die bereit sind, über Leichen zu gehen, um Cash zu verdienen, was das Letzte ist, was man tun kann im Vertrieb. Wenn du aber ehrliche Absichten hast und selber Bock hast, über 100 Neukunden im Monat zu schreiben, auf 150 oder 200 zu kommen, wie Hunderte unserer Kunden es in der Vergangenheit bereits geschafft haben, wie ich es natürlich auch selber geschafft habe und mittlerweile die besten Leute auf über 600 Verträge Eigenumsatz in einem einzigen Monat zu bringen, dann geh auf shrs.de, trag dich dort ein zum kostenlosen Erstgespräch. Wir verstehen Vertrieb und zwar wie ehrlicher, sauberer Vertrieb funktioniert, der für einen Kunden geil ist, der für einen Vertriebler geil ist und mit dem du auch richtig fett Kohle machst. Weil sind wir mal ehrlich, warum sind wir im Vertrieb gestartet? Wir wollten richtig Geld verdienen. Wenn du jetzt aber mal ehrlich zu dir selbst bist, verdienst du nicht richtig Geld und erst ansatzweise nicht mal auf dem Level, wo ich gerade bin. Wenn du aber Bock hast, das zu machen und Bock hast, rhetorisch richtig stark zu werden, um in der Lage zu sein, jeden Menschen zu überzeugen, dann lern von mir, lern von uns und komm ins Training. Wir sehen uns im Erstgespräch, im Strategiegespräch bzw. erst im Coaching. Wir haben ja mittlerweile ein sehr, sehr gut ausgebildetes Team, was die ganzen Gespräche einfach führt. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin und viel Spaß heute an der Haustür. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin und viel Spaß.